Da hinten ist ja der Schwanz Grüß Gott! Hallo! Hallo, du schaust aus! Wie geht's dir? Super! Fahr mal rein, ja? Oh, aufpassen! Alex hört immer zum Stoppie fahren an, wenn's kalt ist! Es ist ja jetzt mal richtig anuskalt und ich hab meinen Scheibenwischer auf meinen Zeigefinger, das ist ziemlich geil, so eine Gummilippe und die besorgt es nur neben meinem Visier. Der von ist behindert, Leute! Es ist komplett nass! Es hat ein Grad, haben wir vorhin geschaut Hoffentlich eißt uns die Straße nicht zu, sonst müssen wir uns Spikes anlegen! Arschlöcher! Arschlöcher! Yes! Yes! I will not lie, it's pretty cool! Polizei ist vorhin, hast du gesehen? Ja! Alex! Hast du uns verloren? Ah! Ein Gummil! Oh, Junge! Boah, spiel dich nicht, Alter! Da links, ja? Fast! Ah! Alex macht einen Kettenrape, puh, risky, schaffe ich das, puh, das war jetzt eng, das war auch richtig eng, Einradfahren, da bleiben wir stehen, mein Arschloch ist kalt, aber die Handschuhe sind trotzdem geil, gell? Wir gehen jetzt nicht ein paar Bilder machen, schade, das habe ich auch an, die beiden schönen Geräte, geil, okay, jedes Mal wenn ich atme, ist echt, ist nicht gefährlich, und so fasst Wir haben einen Christbaum, können wir Fotos machen, du bist sicher, oder? Hände sind dozent, rot, und wir sind ready to rumble Was sagst du? Sobald schon sehen, da kämpft ja noch Ha ha, Botzelei Ja, der schaut besser aus, gehen wir da rüber Mein Arschloch juckt und flut Einer Alex, übertreibend So, wir sind jetzt fertig bei diesem Leuchtstreifen, den Alex steht eine halbe Zentimeter Spitze in der Hose und mir ein Viertel Hallo Ja, hat's auch Haha Tschut, tschut Uäh, noch ein Biker Leihwand Ah ja, ja, noch einmal, Neutralgang Ja, so halten wir Händchen, yes Alex Du dosierst das schön, gut, gut, gut Alex Ja Ja Bist deppert, ja gleich überholt Mach mal mit Da ist der Lift Ich glaube Alex, das geht sich nicht aus Das geht sich nicht aus Das geht sich nicht aus Das ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Ach Schess, ich muss tanken Ja, ja Ja, dann suchen wir eine Tankstelle Lieferando Der sollte man eigentlich mit dem Motorrad liefern, oder? Schauen wir nach einem Willi aus Haha, oder Wheelspin Alex geht schon wieder im Crazy-Modus, du bist ja nicht mehr normal Da, Alex Die oder dann weiter Dieser Ich wollte natürlich nie posten wieder durch Nur Doch, das geht Wollen wir langsam nur Ja, und ich habe gerade hinter dir war ein Auto Ich weiß Haha Alex, zeig uns wie du das Eis lutscht Schieb's dir rein Ja, warte Jetzt muss ich erstmal runter essen, weil er abbissen hat, der arge Hund Ja, dann schaust du immer sexy aus Suck Belassen wir es dabei Ich fahr Ich fahr da drüber heim Ja Okay Alex Der ist A Ich fahr da Goddruhm ab Bis zum nächsten Mal.